So, weiter geht's. Ah, wir brauchen das Tierchen, wir brauchen das Tierchen. Fuck, ich bin tot. Mami, ich bin ein Stück zu weit gesprungen. Oh, Leute. Franzi, du musst das Ding schnell töten. Auf welcher Seite ist das? Ähm, ähm, wir haben noch nur eine Aussichtsseite. Die andere ist da zugemauert. Ach, da unten. Ich kann mich nicht drehen. Jetzt kann ich mich... wo, wo... Ähm... Ähm... Hä? Ab durch den Teleporter, Leute. Wir haben ja uns einen neuen Teleporter gebaut. Wir wissen jetzt, wie der geht. Da ist er! Er ist ja durchlaufen. Oh, der Teleporter ist aber ganz mies. Ah, ist da! Ich hab ihn getötet! Ja, hast du Axtone! Axtone! Take it all! Und dann zeig ich dir gleich die miese Höhle, Franzi. Wir müssen gleich alles anlegen, was wir haben, ey. Wir müssen gucken, ob wir da sind. ein krasseres Schwert bauen können. Ich komm runter zu dir, ich brauch meinen Loot. Ja, und ich komm hoch zu dir. Hehehe. Take it all! Tee. Äh, wo muss ich mich hin? Zu dir porten? Ja, sogar. Tee. 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 Ich bin oben bei dir. Juhu! Tee. Tee. Ey, wie krass ist das denn? Können wir ein besseres Schwert bauen? Tee. 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 Doch, Obsidian Schwert. Könnt ich bauen. Dir auch. Ähm, ich brauch das dafür, weil... Ach, dafür bräuchte ich das Rockstar Rock. Tee. Tee. Du brauchst Rockstar Rock? Für das bessere Schwert. Tee, Ja stimmt. Haben wir denn noch genug davon? Hm? Wie? Häh? Ich kann genau... Ich hab drei davon, genau. Ja, dann baue dir eins und pack das zurück in die Kiste. Tee. Ja, du brauchst ja drei davon. Ach so, ich hab auch drei, alles gut. Los gehts, Franz. Hauch rein. Aber ich hab nicht genug Obsidian. Ich hab's, gib ich dir gleich. Mir fehlt genau einer. Ja ich hab', gib ich dir gleich. Ich brauch nur aktuell noch die Bändchen, die man dafür braucht. gebe ich jetzt alle alle ja also die sonst ne und ich auch noch okay weil mir den fischern da unten möchte bin ich auch spaß anlegen also das ist mega creepy das ding so warte ich kräfte mir kurz eins und dann kriegst du den fest ich legte das in die kiste in die kleine und zwar brauchst du das hier reingelegt jetzt kann ich noch ein besseres machen aber dazu brauchen wir iron und miru ey das ist von irgendeinem tier oder so dass ich das auge ich weiß es nicht ist das krank wie viele rezepte ich auch mittlerweile krieg ne so viel kranke rezepte mittlerweile hier von so übelsten stein irgendwie doch das schwert geht auch nicht in den arsch das kann sein ich zieh mir das schwert jetzt erstmal rein äh wo habe ich das denn da macht das schaden au nö ich habe keinen schaden bekommen aber ich habe auch eine rüstung aber ich habe gerade was voll schönes gebaut warte mal auf ich habe keine pilze mehr so warte mal ich will mal kurz was gucken ups ja ja die sieben was ist das hier für ein stein guck mal hübsch damit kann man geile säulen bauen habe ich gerade gefertigt wir brauchen noch eine kiste du hast arg stone da kannst du noch mal eine große kiste bauen und zwar wie viel arg stone hast du zwei zwei das reicht für den architech test ja aber ich habe nicht warte und da müssen wir dringend auf die suche gehen ich möchte nämlich wissen was dieser grand architech test der ist glaube ich noch einfach größer stone chest würde mich ane dieser architech table würde mich noch mal interessieren da kann man bestimmt noch krasse sachen dran bauen und dann brauchen wir mehr mold hast du mold gesammelt irgendwo unten was gut alles klar was verdammte scheiße so das kommt im müh knochen sind mir unwichtig kommt im müh architech chest grand architech chest den großen kannst du nicht bauen den aber für zwei kannst du bauen glaube ich mit zwei ähm den stelle ich hier in die ecke genau jo dann haben wir jetzt auch mal wieder platz 20 ja dein ernst jetzt hau raus hau raus da ist doch platz drin 55 shades leave ist dann gleich verbrannt ich will jetzt mal deinen viech angucken ja machen wir warte ähm ich muss noch kurz hier was reinziehen da muss man nur durchlaufen sagste ja ich möchte mitkommen ich möchte mitkommen warte 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 ich komme weil es so toll ist es so ein tolles viech ne momento ich bin dafür dass wir uns auch noch eine unterwasserbasis haben bist du durchgelaufen? ich bin durchgelaufen ja durchs portal ist cool ne hopfing hier ja und jetzt guck dir mal das viech hier unten an wo ist es hin? ich denk grad so dein ernst das ist gar nichts es ist weg und ich hab angst es ist riesig es hat drei beine oder zehn ich bin mir nicht ganz sicher da hinten ist eins ja nicht nur eins ich höre ganz seltsame sounds hier oh mein gott wir dürfen uns nicht hauen wir dürfen uns nicht hauen Achtung ah ich hab Schaden gekriegt fuck da ist das miru ei Digga da ist ein miru ei drin wir brauchen mehr davon komm wir gehen auf die Porsche erstmal gleich Lowstorm mitnehmen wow 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 ich seh nichts mehr ich auch nicht ich auch nicht fuck ist es tot? ja darf ich das einsammeln oder willst du? ich würde auch gerne ein Eichen haben ja hier ist ein Sack da hinten ist noch so ein Viech wo ist da hinten? warte komm mit oh hier unten gibts Mold Mold ist auch selten braucht man feinige Rezepte hier bei mir Franzi zwei stück auf einmal fuck oh fuck was ist das? wow 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 wä? 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 wirklich ich hab's gekillt meins ja fick dich fuck ich bin in engenbrühe war 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 die macht Schaden antropisch noch da bloß nicht rein oder heilt die? die heilt das ist heilwasser ich schwimm mal ne runde wie geil ist das denn da hinten ist noch so ne Schlange wow 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 stirb einfach ich schlag dich gar nicht du musst mich heilen ist ja cool oh hier ist ne Kiste was ist da drin ne Rezept und Redwood Wall was ist das hier für ein Ort oh ich hab Iron Node ich muss mal ganz kurz gucken ob ich so ne Extractor nicht hab geh nicht drauf geh bloß nicht drauf so gehört dir Franzi viel Spaß damit alter was gibt es denn hier für ich hab was ist das denn du war mal lieb komm her du Schwein komm her okay ich hab schon wieder irgendwelche neuen Rezepte freigeschaltet wow hier sind zwei Monster auf einmal oh man Scheiß lege ich nicht mit euch beiden an wow fuck mach ihn weg Franzi also hier unten gibt es auf jeden Fall Eisen wir bräuchten ein paar Extractor du hast aber nur kein mitge... hast du so ein Ding gebaut? nope aber aber in 8 Minuten haben wir Eisen Franzi ich wollte dir nochmal kurz mitteilen was denn? dass ich einen neuen Stein gefunden hab was wie heißt der? der so aussieht komm mal her ich hab gerade keine Ahnung wo du bist warte komm mal siehst du den Stein hier vorne? siehst du den Stein hier vorne? Turmaline? wo hast du den denn her? in der Beschreibung steht da drunter wenn Lava sich dazu entscheidet das Haus zu dekorieren dann wählt es diese Form sehr hübscher wie unnötig wow fuck Franzi ich bräuchte dich mal kannst du dich mal links mit dem Monster anlegen während dessen ich das rechte Kille? wow wo bist du denn schon wieder hingelaufen? einfach nur ein stück höher hier vorne nötiger Franzi warum muss ich eigentlich immer diese Augentypen da killen? ne das linke hier ich mach hier hin und muss den linken fuck ich krieg Lava ab oh au au Magnetit geil ich geh mal kurz ins Lebenswasser oh Franzi der Tunnel geht noch viel tiefer wenn wir das Lebenswasser runterschwimmen da sind wir noch richtig tief ja dann lass uns das doch vielleicht mal tun ich hab leider nicht mehr so viel Fackeln das ärgert mich ich hab immer noch welche ja? ja ja dann lass mal runter aber erstmal guck ich wie lange unser Eisen noch braucht das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen boah wir können richtig viele neue Sachen glaub ich bauen ne ich nehm erstmal die ganzen Steine hier mit weil ich glaub Satellite und dieses ich glaub das ist alles äh schon besonderer Stein nachher aus denen kann man so hübschere Sachen machen ich lass gleich mal einsacken den ganzen Shit hier auch hier oben dieses Mold bloß mitnehmen das brauchen wir für einige ähm die Sachen nachher ich hab schon wieder die Aufnahmen nicht gestartet ne weil ich so überw.. überwältigt bin Leute ich bin so wahnsinnig überwältigt von diesem geilen Game was anderes kann ich dazu nicht sagen hier ist Iron Node ja rede ich ich bin hier auch gerade schon am abbauen aber das dauert noch ja rede ich wie bitte was wie wirst du sagen ja rede ich ja rede ich das geht hier noch lang komm mal hier Franzi wow 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 ich bin fast runtergerutscht ich hab mir eine Lampe unten reingesetzt siehst du das? wo ich bin wir müssen nur irgendwie auch wieder zurückkommen wir müssen nur irgendwie auch wieder zurückkommen wir müssen nur irgendwie auch wieder zurückkommen ah ah warte ich bau den Stein hier ab nicht dass sie da runterfällt ich weiß nicht ob's da irgendwo da geht fuck ich seh nix keine ahnung es sind zwei zwei Viecher komm hoch eine Tasche ist für dich wow fuck ich brenne hier oben ist noch eine Tasche für dich ja ich nehm mit ist doch eh egal was ist das da unten ist das Lava oh ich glaub das ist Lava ja hard in the Lava ja ich muss mich grad erst mal heilen ja hab ich auch erst mal gemacht hard in the Lava hard in the Lava ich kann sie nicht abbauen oh ich hab dieses Tumaline gefunden Tumaline 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 die haben wie so ein Pokemon oder so hard in the Lava die ist nicht nicht heiß also obwohl sie leuchtet ist alles gut mit ihr ist sie freundlich gehärtet man ich weiß doch oh boah digga bau doch jetzt nicht dauernd irgendwelche Lampen boah digga wo kommst du denn her dass du die ganze Zeit digga sagst bist du Gangster oder was? ich komm aus dem Dorf digga ist ja krass äh irgendwas schrie da gerade ganz seltsam so hörst du das? ja es hört sich fast ein bisschen süß an ich hab keine Ahnung was es ist ja ich würde auch grad sagen es tut dein Knuffels boah Sulfur kann ich nicht abbauen was ist das? hier geht der Tunnel noch weiter ich hab keine Lampen mehr komm her ich hab keine Ahnung was das ist alter was? du würd stress? hau mich nicht hau mich nicht ich mach das Ding ich krieg keinen Schaden meistens hauen wir uns nämlich immer nur gegenseitig kommt das von da? alter von da kommen die ne hinter uns ist auch noch wow 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 ich bin hier fast runter gefallen wow pass bloß auf Franzi du weißt nicht ob die dich schubsen können Franzi tötest du es? was machst du da? da kriegt man diese hartenes Lava und Gunpowder von ich hab jetzt keine Lampen mehr du bist jetzt der Lampenkünstler HA�mm Aaaaaaaaaaaaah Stürme ten hab ich dr tänker Schlampe gesagt? ich will auch so viel töten ich brenne romance ähh Können wir die Glowstone-Pilze auch essen? Oh ja. Und dann? Du musst leben. Ja, aber dann hat man ja keine mehr davon. Alter, wir finden nie wieder zurück, Franzi. Wir müssen uns auf jeden Fall porten und müssen dann nochmal runtergehen, um das Eisen zu holen. Alter, ist das krass. Es geht ja immer tiefer. Hör gar nicht auf. Fuck, ich brenne. Diamond Node. Alter, ich hab einen Diamanten gefunden. Und wir haben keinen Extractor mehr, ne? Ich setze hier einen Teleporter hin. Ich hab grad fünf. Was, fünf? Ich hab grad fünf Extractor gefunden. Oh, komm mal her. Du musst da springen an dieser einen Ecke hier unten, da wo das eine Loch ist, sonst brennst du. Und guck mal, ob du das hier dran setzen kannst. Kannst du? Geil. Oh, ist das fett, ey. Wölfstück. Mega cool. Boah, Leute, was ist das hier für eine Welt, ey. Das ist ja so ein... Ah, ich brenne schon wieder. Das ist ja so ein... Ich finde, das ist ja so ein geiles Spiel ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn ich so denke, hm, eigentlich könnte ruhig noch ein bisschen mehr eingebaut sein, werde ich überrascht mit neuen Features. Also, ich find's richtig cool. Oh, ich hab auch gerade Advanced Extractor gefunden. TNT Tier 3, ne Lampe, Iron Rod, Red Adobe Wall, whatever es ist. Ich hab keine Ahnung. Geil. Ich hab... Boah, ich hab zig neue Rezepte bekommen. Gaslampe, blaue Lampe, gelbe Lampe, rote Lampe. Fett, Leute, fett. Oh, fuck. Man darf nicht so einen Lava kommen. Da ist das irgendwie ganz schön warm. Nein. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich das mit Holz zubauen? Das wäre natürlich sonderlich realistisch. Ha, ha, ha. Du kannst Holz drüber bauen, das läuft. Ne, doch nicht. Brennt. Boah, cool. Das haben sie ja richtig hübsch gemacht. Krass. Und wenn wir da Stein reinsetzen, schmilzt der dann auch weg. Wir haben leider keinen Expectator mehr. Ich hab gerade fünf gefunden. Ha, ha. Fuck, Franzi. Ich bring zwei Viecher mit. Zwei auf einmal, das burnt mir zu doll. Warum? Ah. Mami. Stimmt doch. Fuck. Oh, Franzi, ich brauch echt eine Hilfe. Ich brenn mich scheiße. Ich hab noch halbes Lebens. Nein, jetzt soll ich doch eine Schlange machen. Oh. Halt's Maul. Ich glaub, meine Lederrüstung. Ja, ich hab keine Lederrüstung mehr. Ist alles im Arsch. Ja, Tito. Oh, fuck. Und ich brenn mich schon wieder. Mami. Hast du Pilze? Ah, Kalki. Kannst du mir gar nicht übergeben. Ja, wir müssen hier gleich weg. Ich hab nix mehr. Ich setz uns hier aber mal einen Teleportpunkt rein, ja? Mhm. Nein, nicht wegpotten. Dann setz ich meinen hier hin, weil wir haben jetzt einen festen Teleporter. Und dann setz ich den hier mal eiskalt hier so hin. Krasse, krasse Höhle. Richtig Bombe. Aber der verbraucht sich ganz schön schnell, der Mining-Dings. Ist dir das mal aufgefallen, wenn du hier den Hardcore-Shit abbaust? Ja, das stimmt. Das ist ja echt krass. Hätte ich nicht gedacht, ey. Aber der verbraucht sich ja wirklich heftig. Naja, gut. Wenn du erstmal hier unten bist, baust du glaube ich auch schnell so ein Shit ab. Also, jetzt weißt du, am Minecraft fandest du geil, dass man sich einfach so hin- und herbaut und auf einmal findet man was. Ich hab hier übrigens noch einen Diamanten. Ich werd den auch mal extraken. Fuck! Ähm, Franzi, ich brauch deine Hilfe. Magst du mal zu mir rennen? Ich hab kaum noch Leben, ich hab keine Pilze und mich verfolgt ein rotes Viech. Ich weiß nicht, ob das noch stärker ist als das andere. Aber es ist gleich bei uns. Franzi, 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 Franzi. Es brennt, es brennt, es ist da, es ist da. Viel Spaß beim Sterben. Ich bin tot. Es ist tot. Ich bin tot, ja. Ja, das Ding aber eigentlich auch. Du hast den Teleporter gesetzt. Ja. Muss ich es mit meinem Stuff wieder aufheben? Alter, das hat ja richtig Schaden gemacht, das Ding. Heftig. Ich hab mich gerade anders hingesetzt, ey. Das hab ich gemerkt, so deine Person bewegt sich einfach nicht. Denk mir nur so, Mami, brauche Hilfe. So, ich setz den Teleporter hier hin und bauch jetzt die Mining Cells. So, einmal möchte ich den hier... Hier, ne? Und einmal möchte ich den da drin haben. Und einmal da. Digga, was war das für ein mieses Viech? Wahrscheinlich auch sowas wie... Hey, hinten geht's weiter und die sind alle rot und brennen und so. Und hier sind noch mehr Diamanten. Die haben doch richtig viele Diamanten gerade gefunden. Drei Stück auf einem Haufen. Und da kommt gleich wieder so ein Viech angerannt. Boah, sind die aggressiv. Fuck! Wo kommst du denn her? Verpiss dich! Ich hab keine Filze, was soll ich da? Lass mich doch mal! Oh, Franzi, ich sterbe gleich wieder. Zwei Viecher. Bitte, lass mich das mal leben. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Oh nein, ich bin gespawnt und sie sind wieder da. Hey. Oh nein! Ich bin tot! Ich hab dich gekillt! Du Arschloch, warum? Weißt du, ich kill extra, ne? Ich bin mir nicht sicher, das Problem ist wirklich, ähm, den... Scheiße, Franzi. Du bist doch hier gespawnt, ne? Ich bin doch nicht gespawnt, nein. Warum? Ja, seh zu! Nein, ich bin im Haus gespawnt. Dann teleporte dich zu meinem Porter. Und komm schnell her, hier sind deine Sachen vor mir. Komm schnell her! Ach, du stehst hier schon. Oh, du wirst schon angegriffen. Lauf einfach zu deinem Zeug. Sammel das auch, damit du wieder ein Messer hast. Die spawnen wieder neu, das ist kacke. Ja, die spawnen da genau. Oh! Ja, hab ich auch schon gemerkt. Ich porne mich mal kurz nach Hause. Eiznav ist zu Hause, ne? Also, Adiznav, das bist du, du bist zu Hause, ne? Ja. Ja. Ich hab mich mal nach Hause geportet. Ich brauch jetzt mal wieder eine Lederrüstung, weil sonst sind wir richtig gebumst. Also, da geht ja gar nichts mehr. Die machen ja so einen krassen Schaden. Nein. Das ist ja richtig übel, also ohne Rüstung, ha. Aber egal, in der Zeit arbeiten ja trotzdem unten unsere Dings weiter. Cool, was ich jetzt alles so machen kann. Ja, und warte mal ab, wenn du die neuen Steine jetzt erstmal auf unserer Werkbank nochmal teilst. Du kannst die ja noch weiterverarbeiten. Dadurch kriegst du ja schon wieder neue Rezepte eventuell. Oh, ich kann jetzt diesen Crystal Chart herstellen. Ach, Glove of God. Ah, okay, Glove of God kann ich jetzt auch so herstellen. Wir brauchen aber echt noch Obsidian. Unser Ding geht ganz schön schnell leer. Oder Eisen, das baue ich ja gerade ab. Eisen, das wäre natürlich noch eine Nummer härter. Ja, wir bräuchten echt eine bessere Rüstung, ne? Wir können so viel herstellen, das ist echt der Hammer. Haken wir das nicht hier irgendwo drin? Was denn? Was denn? Irgendwas eingesammelt. Und dann? Schienenbeinschoner, wollte ich gerade sagen. Die habe ich nicht gemacht, die sind aber da. Okay. Die Knochen interessieren mich nicht so. Alter. Auch das Messer ist kurz davor kaputt zu sein. Also, die Viecher machen wirklich krassen Schaden. Hätte ich mir gar nicht so übel erwartet, aber das ist ja echt... Die hauen ja richtig rein. So, ich komme jetzt wieder zu dir. Du bist langweilig. Oh. So langweilig ist er gar nicht. Ich bin tot. Gut. Dass wir drüber gesprochen haben. Ah, ich bin unten. Ich will nicht immer unten spawnen. Deswegen denken sie wahrscheinlich nur so... Er hat's verdient. Park-Tech-Torch. Ne, man muss echt schnell machen. Man portet sich immer da, wo sein Teleport-Stein ist. Deswegen ist das ganz schön ein Fail, dass meiner natürlich jetzt hier unten ist, weil ich immer unten spawne. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, aber ich habe jetzt erstmal paar Diamanten nochmal mitgenommen. Die habe ich schnell eingesammelt. Es ist süß, dass du dir gerade so einen hell machst, Franz. Ich habe nicht mal mehr ein Schwert. Oh. Also, wenn es irgendwie möglich ist, noch einen Schwert zu craften, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Auch wenn es nur ein Holzschwert ist? Ja, umso besser das Schwert, umso besser wäre es natürlich. Ein Holzschwert. Komm, verbiss dich. Ich habe nichts besseres. Ich kann auch nicht besser. Ich kann auch nicht besser. Guck dir meinen Helm an. Ist aus Gold. Das stimmt gar nicht. Was ist denn das? Leder oder ein Hören? Das ist Obsidieren. Wie du übertreibst, Alter. Hallo, ich habe auch keine Wüste mehr. Nichts. Nimm dir doch jetzt das hässliche Schwert mal an. Was soll ich denn damit? Ja, geh mir doch nicht damit auf Eier. Kämpf damit doch. Kämpf damit doch. Eben noch betteln, weißt du? Dann mache ich was und dann ist es falsch. Alter. Nervt er erstmal rum, dass ihm das nicht recht ist. Ja, Holzschwert, hallo. Das ist ja, wir sind, das ist ein Fortschritt hier. Das ist ja ein Rückschritt gerade. Und warum stehst du eigentlich in diesem Ding drinnen so schräg? Was stimmt denn nicht mit dir? Ich stehe gerne in dem Ding drinnen und schräg. Du stehst bei mir total schräg. Das ist ganz merkwürdig. Ja, aber jetzt erstmal ein Schüter-Einschwert, ne? Weißt du? Nee. Ja, muss ja sein. Mit dem Rotz kann doch keiner was anfangen. Ja, mir damit auf Eier gehen, dass du nichts mehr hast, ne? Ja, habe ich mir auch gecraftet. Sonst hätte ich es ja gehabt. Ja, arme kleine Junge, ey. Ja, Mami, so ist das. Guck mal, was ich uns gebaut habe. Draußen habe ich uns zwei Lampen gebaut. So, jetzt. Oh, danke. Freut mich für dich. Ähm, Diamanten. Wo hatten wir die jetzt hingelegt? Hier hin. Diamanten kommen also da hin. Wir haben hier ne Ordnung. Vielleicht sollten wir Steine irgendwann mal in eine Kiste packen und so weiter und so fort. Ist ja übel verwirrend hier alles. Diese Urnen, ne? Wer will denn diese Urnen haben? Hat mir nicht eben noch Holz? Ach. Hardened Lava kann man zum Brennen benutzen. Oh, ich glaube ich habe gerade irgendwas von hier ausgestellt. Was ist denn Infused Crystal, Alter? Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich es selber wieder ausgestellt. Okay. Ja, und jetzt kann ich es nicht mehr anmachen. Was? Hörst du jetzt gerade? Hä? Nee, weil hat sich das Spiel gerade aufgehangen? Nee Wie viel Hardened Lava hast du? 3 Mit Hardened Lava kann man ein gutes Feuerchen machen Mies Leute, 3 Minuten warten, nur für Infused Crystal, was auch immer Ich bin gespannt, ob wir es haben, ob wir ein neues Rezept kriegen Und Iron Bars Das ist meins Nein, das habe ich gerade angestellt, das ist nicht deins Quiekst du da schon wieder, Franzi? Haben wir Kohle? Und wenn wir Kohle haben, dann brauche ich uns noch einen Öfen Gucken wir mal, ob wir irgendwo Kohle haben Ne, wir haben keine Kohle mehr Können wir irgendwo Kohle herstellen durch irgendwas? Erinnerst du dich an einen engen Rezept vielleicht oder so? Kohle durch, ähm Weiß ich nicht Durch Fossilienverbrennung oder sowas? Keine Ahnung Das war ein geiles Spiel Ich will nie wieder was anderes spielen Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das Spiel so Potential hat Dass man das so richtig übelsuchtet, dass man wirklich, weiß ich nicht Ewigkeiten, so allmögliche Bauten umbaut Was weiß ich, ich hätte mir echt noch so einen Eiffelturm oder so zu bauen, aber echt krank Ganz deiner Meinung Ganz deiner Meinung Ganz deiner Meinung Krass Du hast schon Diamanten-Dings hergestellt? Alter, kannst du mich ratzen? Was? Du hast richtig Diamanten schon gegossen? Was heißt gegossen? Naja, hier ist ein fertiger Bach Ja, ich hab einen gemacht Boah, ich kann jetzt Diamond-Glas herstellen, toll Manchmal ist es sinnvoll, einfach Sachen, die man noch nie im Inventar hat Einfach mal ins Inventar zu ziehen Einmal steht da Diamond-Irgendwas Wie sieht ein Diamond-Glas aus? Schon richtig hübsch Und das Dekor Boah, sieht bestimmt richtig krass aus Ich denke mal, drei Urnen in meinem Inventar hatte So, so unnötig, ne? Ich hab eben auch gerade mal erstmal weggeschmissen Was ich so heavy finde, ist, man denkt eigentlich jedes Mal so Also so dachte ich am Anfang, so höre es ja wenig, was man bauen kann Weil das Inventar sah ja auch so klein aus, ne? Ja Also hier jetzt in der Workbench Diese, diese vier kleinen Spalten Man dachte dann so, äh, na toll Das ist ja wenig Aber ich hätte jetzt nie erwartet, dass diese Spalten sich auf einmal so in 10 cm weiter runterziehen Und man da auf einmal nochmal 500 Rezepte am Start kriegt Ich kann jetzt übrigens auch Wood-Gates bauen Das sind, äh, äh, so kleine Oh lol, Tomalinenglas Oh, ist das hübsch Hast du das auch, Tomalinenglas? Ja Oh, das ist doch richtig hübsch, oder? Ich meine, ich hasse Pink und Rose, aber das sieht schon echt, äh, verdammt geil aus Und das andere gehört auch noch nicht, nein Toi, jetzt ist deins zuerst dran Und man kann aus Ironbar nochmal temperiertes, äh, Eisen herstellen Wüsste ich auch gerne nochmal, was den Unterschied anbringt da Au Wofür war das denn? Einfach für die tausende Male, die du's bei mir getan hast Das stimmt gar nicht Das wirst du mich nie tun Ne, das war nicht tausend Das war nur 999 Mal Und dann auch noch mit so'n Hardcore-Schwert, weißt du, hast mir gleich die Rüstung wieder kaputt gemacht Nein Haha, jetzt bin ich wieder dran Reckenmisskack Nein, was soll das? Ich bin dran Geh mir jetzt nicht auf die Eier, dass du vorher dran bist Oh, dein Ernst jetzt? Ja, wenn du das hundertmal abbringst, kann ich ja da nix für Ich war eben zuerst dran und jetzt bin ich wieder zuerst dran Eine echt traurige Geschichte Wozu brauchst du denn dieses, was, was baust du denn mit den Kristall? Ich will ihn anfassen Aber hast du irgendeinen Sinn, was du damit bauen willst? Gibt's da schon was? Ich will den einfach nur mal, dass ich wieder was Neues hab Da müssten wir auch einmal temperiertes Eisen herstellen Ich weiß nicht, ob das halt auch nochmal neue Sachen gibt Ich zersäge einfach mal den einen Diamanten, den wir haben In der Hoffnung, dass wenn wir das in die Hand nehmen, dass wir wieder ein neues Rezept kriegen Kann natürlich sein, dass es voll fail ist So, ich mach jetzt nach Franzi nochmal das temperierte Eisen In der Hoffnung, dass das irgendwie nochmal ein neues Rezept bringt Und wird dann auch nochmal Die ganzen Diamanten erstellen Ich glaube, die kannst du dir so bauen Wofür auch immer, das werden wir dann sehen Ich bin so glücklich, Franzi Freut mich sehr für dich Ja Ich steig durch meine Rezepte gar nicht mehr durch, weil ich so viele hab Weil ich schon total verwirrt bin Du bist immer verwirrt Auf jeden Fall Hast du draußen schon die coolen Lampen gesehen? Ja, sehr cool Ja, ne? Ja So, ich hätte jetzt gerne nochmal Arkstone Weil ich würde gerne diese Mega-Lampe bauen Dass wir unser Zuhause immer und immer wieder finden Weil es bis in den Himmel strahlt, hätte ich richtig Bock drauf Und ich muss noch paar Tiere töten Ich muss mich ja dann leider mit Leder abgeben Hast du dir wohl so gedacht? Scheiße, Mann, ich brauche Pilze Ich war so weit weg von dir Ich weiß gar nicht, dass du mich bleiben kannst, du Schwanz Ja, dann dreh dich doch im Wasser Ist mir doch egal Mach, mach, halt dir die Augen zu Na komm, Junge Wo bin ich? Hier bin ich Hallo Ich bringe jetzt mal ein paar Rockstars mit Ich brauche Leder ohne Ende Hä? Wo ist das Schweinchen? Da oben Lauf mal nicht weg, kleine Maus Ich brauche dringend Pilze Ich habe nichts mehr zum Heilen Was machst du, Feines, Francie? Ich mördere Wo denn? Da Du bist tot Du bist in der Unterwelt, Franzi Ganz alleine Ich müsste dreckenkacken Und sie ist drauf Das ist Ansichtssache Ich war in dieser Höhle da Und, ne? Die direkt vor unserer Tür ist Achso, vor unserer Tür ist eine Höhle? Indirekt, ja Und, ähm, was war da? War da irgendwie auch so ein besonderes Viech oder so? Ne, drei Krabben, aber in blau Achso Ich habe das Gefühl, die haben die Tiere nachts so ein bisschen härter jetzt gemacht, ne? Oh Gott Weil die ganze Zeit lang haben die doch so gut wie gar keinen Schaden verteilt Wo wir doch nachts dachten so Hö, ein bisschen low Aber irgendwie machen die mittlerweile doch schon, äh, Schaden Wir brauchen Pilze, Leute Wir brauchen verdammte, verkackte Pilze Pilze, wo seid ihr? Oh, und diese Ausdauer immer Ist die leer Immer Ja, einsam streife ich hier durch den Wald Es ist gefühlte 5 Grad kalt Doch da vorne sehen wir einen Chamäleon Und Pilze Pilze Schon wieder tot Scheiße, 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 scheiße Ey, lauf nicht weg Scheiße, scheiße Sei doch froh Wenn ich sterbe, lande ich direkt unten im Tor der Hölle Ja, stimmt Du wachst ja wenigstens nach oben auf Aber ich wach direkt da auf, wo keiner hin will Alleine Im Dunkeln Ohne Rüstung Ohne alles Ganz alleine Oh ja, geil Pilze ohne Ende So gefällt mir das Inventar ist da unten Da ist mein Schwert drin Da ist das Ärgerliche daran Und da unten wartet so eine scheiß Krabbe auf mich Ich würde dir gleich helfen, sobald ich mir Rüstung gebaut hab Sobald ich mit dir zusammen runter gehen Aber ey, Franzi, ist doch gar nicht das Ding Du kannst doch kurz nach Hause gehen und kannst dir doch hier das Holzschwert nehmen Das soll sehr effektiv sein, hab ich gehört Halt die Backen, ich hab schon alles wieder Hehehe, das Holzschwert Ach, fuck Du musst immer Pilze essen, währenddessen du kämpfst Du kannst links und rechts gleichzeitig drücken Das ist ganz genial Jetzt brennst du, Spaß, da ist auch noch Oh, toll Voll umsonst mit dir gekämpft So, sieben Pilze noch Ich hab den nämlich unten auch beim Kampf gegessen Wo es so mies abging Immer noch einfach rechtblick Und tatsächlich geht das beim Kämpfen Dass du gleichzeitig die Pilze frisst Finde ich ganz cool Ich weiß halt nicht, ob diese Elixiere, die wir brauchen können Die sind bestimmt effektiver Wir müssen sowieso nochmal zurück in die Höhle Wegen den Diamanten, die dort noch liegen Ist aber echt fies, dass die Extractor so lange brauchen, ne? Dass da eiskalte 8 Minuten steht, ne? Ja Ich mein gut, okay, ne? Das sind halt Diamanten Ist irgendwie auch in Ordnung Ist ja so eines der höchsten Rohstoffe, denk ich mal Aber 8 Minuten unten in der Hölle Und dann spawnen die Viecher mal wieder Das ist natürlich schon heavy, ey Wie sieht Kohle nochmal aus? Oder wo baut man das nochmal an? Äh, weiß ich auch gar nicht Ich glaub, die hab ich bis jetzt immer gefunden, oder? Ich weiß nicht Angeblich können wir auch Kohle mit den Extractors abbauen Ich weiß noch nicht, worauf wir die setzen müssen Mal gucken, mal gucken, mal gucken Ich glaube, die Kohle kriegen wir Ne, Fossilien Fossilien Ich hab keine Ahnung Fuck, Leute Das war der größte Fail Hier kommen wir auch never wieder raus Stimmt keine Lust, irgendwo weit, weit weg in der Höhle zu sterben Find ich nie wieder Dein Ernst Du, das ist in der Kiste Unnüftiger Ups Das wollte ich ja gar nicht Das tut mir aber leid Ganz ehrlich Diese Zäune Und diese ganzen unnötigen Sachen Wie Fenster Und so Können wir alles mal verbrennen Weil wir die Scheiße eh wieder finden Teppich Nochmal Fenster Das können wir eh alles wieder bauen Denk ich Oder was sagst du? Jo Sind also alle Sachen Die man so selber herstellen kann Sind denk ich immer ein bisschen unnötig Es sei denn, man braucht halt miesen Stuff dafür Aber für die meisten Sachen Kannst du jetzt mal so ein Kristallding da bitte reintun? Ähm, ja Aber ich hab kein Rezept dafür bekommen Packe ich links rein Wenn man damit irgendwas bauen kann Sag mir das mal Weil das wüsste ich dann gern Ne Kann man nichts mitbauen Sieht wahrscheinlich einfach nur schön aus Ja, aber irgendwas muss man ja damit machen können Wir können ja noch nichts mitbauen So, ich kann mir zumindest glaub ich gleich wieder ein Schwert herstellen Das ist zumindest mal was So, Glas wollte ich mitnehmen Und dann wollte ich mal so welche Flares bauen, Leute Mal gucken Dass wir uns die mal ins Inventar ziehen Und mal gucken Abends werden wir das Ding mal losjagen Und mal schauen, was man damit so macht Uwe Maltine Ähm, hattest du jetzt dieses Äh, temperierte Eisen genommen? Ne, ich hab das Ich weiß noch nicht, was man damit craften kann Oh Was denn, oh? Äh, cool Was denn? Nichts, nichts, nichts Hast du grad Schaden bekommen? Was ist los? Och, was, Franzi Ja, geh doch gucken Wo denn? Hier nach oben Du hast Wasser gebaut? Ja, das fand ich mir der Absicht Ich dachte so, äh Wie hast du überhaupt Wasser bauen können? Ja, einfach Eis Reingesetzt Wo rein? Ja, irgendwo hingelegt Musst du einfach nur einen Stein drauf bauen Dann ist es weg Ja, mach mal Habe, ich verzieht sich gerade Und da schmilzt sie dann, äh, direkt, oder wie? Ja, das ist komplett dann Irgendwie häng ich hier fest gerade Mami So, wozu sind die jetzt? Ich meine, es ist nachts Ich schmeiß jetzt hier eins runter Boah, geil Das sind ja miese Leuchten Krass Wie lang leuchten die? Äh, Fussien hatten wir schon oben Die kann ich eigentlich mit drauflegen Hier haben wir die Füßchen Hatte ich nicht eben auch noch welche? Oben haben wir noch welche Ähm Das Hörnchen Tieren können wir beseitigen Treppen können wir beseitigen Das kann man alles selber machen Das können wir zum Brennholz benutzen Oh, wir können so viel bauen Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst bauen soll Ist das Wasser jetzt weg? Ja Bin mir noch unsicher, wofür wir so viel Diamanten brauchen Aber wir müssen gerade einen Cut machen, sehe ich Wir sind schon wieder soweit Also sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut, Leute Tschüss Musst du Pipi, Franzi? Ja, aber wie spät ist das? Ähm, es ist 22.40 Ja, aber ich muss jetzt ins Bett, weil Nämlich, äh, ich hab noch eine Spät, äh, Frühschicht Achso, okay Ja, kein Ding, alles gut Glas ist scheiße, man sieht nichts Welches Glas? Welches Glas? Ja, Glas Geht, also unten hab ich ja auch welches gebaut Und da sieht man alles ganz gut Da sieht man alles ganz gut Ja, fandst du nicht? Doch, aber so Als, als richtige Fenster gebaut, oder wie? Ja, guck doch, was ich vorhabe Warte, ich komm gleich hoch Du darfst oben diesen Balken nicht bauen, Franzi, sonst kommen wir nicht mal hoch Achso, ich hätte jetzt ein richtiges Dach draufgesetzt, ne? Ja, so ist wie cool Du hast da ein bisschen Arbeit vor dir Na ja Du hast da ein bisschen Arbeit vorgebracht, ne? Jetzt war es das mit dem Glas. Wie heißt dein Name nochmal? Wie wird er geschrieben? Eid? 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 Iz? Ja. N-A-R-F. Narf. Narf. Ja. Okay, ich verabschiede mich dann. Ja, magst du einmal kurz runterkommen? Ich bin schon raus aus dem Spiel. Ja toll, ich hab den Schild oben hingesetzt. Ja, warte. Alles gut, ist nicht so schlimm. Ja, aber so lange dauert es auch nicht. Ja, so wichtig war es dann auch nicht. Das sind die Tipps, die da unten stehen. Ich frage mich, wo wir nochmal Kohle herbekommen haben. Du hast ein Glas-Dings vergessen. Nein, hab ich nicht, aber ich bin letztens auch durchgefallen und dann bin ich wieder hingegangen und hab geguckt und da fehlt keins. Doch, da fehlt einer. Doch, da echt. Und ich meinte noch so zu den Leuten so, ich bin da nämlich auch durchgefallen. Ich so, hä? Hä? Und ich lauf hier hoch und ich hab nirgends nur ein Loch gefunden. Und dann mein ich so, na, guck mal, das ist ja eine richtig tolle Überraschung. Hey Franzi, guck dir das mal an. Waaah! Puff, ist sie tot. Und hängt sich jetzt mal so, toll. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Ist das köstlich. Unnötig. Unnötig, toll. Ist das denn? Es tut mir so leid. Toll, also mit dem temperierten Eisen kann man anscheinend gar nichts anfangen. Temporierten. Temporierten Eisen is false shit. Bloß Fingers von Larsen. Kannst nichts mit bauen. Kannst es danach nur noch in die Mühl schmeißen. Wir wohnen alt ins Naus und Serenox. Digga. Ja? Was haust du mich denn, du unnötiger Himmel? Unnötiges Passartkind. Ja, also Franzi, dann wünsch ich dir eine wundervolle Nacht. Schlafen sie gut und wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Sofern du Bock hast. Dann hast ja, ist morgen nicht dein letzter Tag? Ja. Ja. Oh. Dann weiß ich eigentlich, was ich mit meiner Freizeit anfangen kann, wenn Franzi frei hat. Freue ich mich ja schon drauf. Ich habe jetzt auch einen Shade gemacht. Und da steht drauf, das ist aber eher mein Haus als eins. Ne, komm noch her. Warte, ich komme. Warum hast du die Lampe weggerissen? Franzi. Ne, die Lampe ist noch da. Warum hast du mein Schild weggerissen? Zerenox hat einen kleinen Helm. Fick dich. Aber hier, ich habe jetzt ein Schwert. Oh, fick dich. Du bist reingesprungen, da kann ich so nichts hören. Da kommt sie auf mich zugesprungen und dann ist sie böse. Ich habe das gleiche Schwert wie du wieder. Ich habe noch ein bisschen Obsidian-Ohr gefunden. So, ich werde mal gucken, wo man scheiß Kohle herkriegt. Das würde mich ja nochmal interessieren. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ja. Ja, das muss ja auch einen Sinn haben. Ja, weil man muss ja diese Kohle irgendwo bekommen. Komm, ich weiß bisher echt nicht, wo wir die herbekommen haben. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Immer so eingesammelt anscheinend. Ja, anscheinend ja. Naja, du. Ich verabschiede mich denn mal, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss, Cosco. Auf Wiedersehen. Tschüss, Cosco. Machen Sie es gut. Tschüss, Cosco. Topfues. Tanja imzatz auf. Topfues, Spinn. Topfues, Spinn. Es geht Spaß, Pinn. Es geht nicht um, nein. Na, nein. Pinn. Fynn. Sassen. Pinn. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Okay.